Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Ich bin da, um die Eltern irgendwie anzuleiten und an die Hand zu nehmen, aber auch meine Möglichkeiten sind begrenzt. Mirja, ich danke dir, dass du ganz lange hier jetzt bei uns gesessen hast. Unsere Sendezeit ist leider vorbei. Wenn Sie mehr über Mirja und ihr Projekt erfahren wollen, dann können Sie das unter ZDF täglich um 7 Uhr im Frühstücksfernsehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.